jo leute was geht ab hier ist der zocker machen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von skippy kraft ja leute heute ist wieder sonntag und was heißt das wieder für uns was hat sich alles getan auf skippy kraft und sonstiges ja leute in dieser folge werde ich euch einiges zeigen was habe ich geleistet haben habe ich war fleißig hier auch mal am start schön eine ganze woche war der immer hier wir haben zusammen schön geackert und gefahren 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 das werde ich euch jetzt alles in ruhe gleich zeigen zuerst beginnen wir mal wieder mit unserer on time money und spielzeit ränge dies das jenes ja machen wir so mein money beträgt heute schon 824.000 das heißt ich bin auf platz nummer zwei der mani topliste ihr fragt euch jetzt bestimmt warum hat das geld noch nicht ausgegeben der will ja komplett alle gs kaufen ja ich weiß aber das ist jetzt nicht so tragisch für mich also jetzt nicht so 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 dringend die gs zu kaufen ich muss ja nur noch hier ein großes grundstück kaufen für 700.000 und dann in dubai 1 4 700 oder 1 4 1,4 million kaufen das mache ich wahrscheinlich später ich will jetzt erstmal hier in die millionen kommen und dann immer eine million behalten heißt vielleicht wenn ich 1,7 millionen habe kaufe ich dann das große gs für 700.000 damit ich halt noch eine million auf dem konto habe so hätte ich das dann halt gedacht so als nächstes ich bin ein rang aufgestiegen ihr könnt es ja jetzt nicht sehen halt weil ich ja youtuber rang habe ich bin vor paar tagen experte geworden jetzt seht ihr ich brauche nur noch ein tag und 20 stunden für gamer für den experten rang dort hat man halt folgendes bekommen ein hoch wieder mehr natürlich in sort heißt kannst dein inventar so sortieren schalker kisten im inventar öffnen und das geht leider nicht mehr da war ein bug anscheinend der ist kaputt weiß nicht also funktioniert nicht mehr hat jens gesagt und man hat einen zweiten beruf kann man auswählen jetzt kommen wir zu den berufen ich habe mir natürlich wie jedes mal landwirt geholt dort bin ich schon 66 und minarbeiter 104 das ist auf jeden fall extrem heftig dass man schon level 66 landwirt ist weil so viele leute gibt es jetzt auch nicht im landwirt bereich das kann ich euch mal hier auch zeigen insgesamt zwölf leute nur bin auf dem vierten platz und ja mal schauen wie hoch ich komme vielleicht überhole ich noch lukas wl black door geht überhaupt nicht zu überholen weil der hier ein suchti ist der suchtet nur rein der ist immer online und einfach einfach heftiger boy so machen wir weiter mit meiner on time die beträgt schon 15 tage und fünf stunden ja ich war bisschen fleißig am start hier somit bin ich auch auf platz nummer uno wie ihr seht schön groß manchmal schön screenshot davon easy peasy limit queasy oh ja baby so ja das habe ich gezeigt das habe ich gezeigt dann würde ich jetzt mal sagen dass wir loslegen was wir hier alles geschafft haben habe ich und ja fangen wir an so als erstes habe ich für den landwirt bereich hier eine kleine farbe noch erstellt jetzt nichts besonderes hier zeige ich euch hier unten habe ich mal eine plattform gebaut einfach so und mal weizen angepflanzt weil weizen ist eigentlich ganz ganz gut für landwirt und macht auf jeden fall sehr viel spaß hier mit happy hour durch zu ballern bringt bisschen geld bisschen xp und ja das habe ich gebaut dann gehen wir weiter zum fb weil da hat sich einiges getan und einiges heißt auch sehr lange jetzt nicht wundern dass es nicht so viel ist aber im endeffekt muss man ja alles farmen und alles holen was richtig viel sachen benötigt hat und anstrengend war hier bei der farm habe ich auch weiter gemacht wie ihr seht ist jetzt komplett alles fertig ich habe komplett bis unten hin bis unten hin habe ich alles ausgefüllt und angepflanzt somit ist meine farm jetzt fertig endlich und er macht auf jeden fall spaß jetzt hier durch zu ballern und so wisst ihr das macht auf jeden fall echt viel bock das habe ich geschafft das hat auch sehr lange halt gedauert weil keine erde war da da mussten wir erde farben und alles anpflanzen das hat seine zeit gebraucht so habe ich hatte auch in der baumfarm weiter gemacht wie ihr wüsstet gewusst hattet oder so keine ahnung hatten wir die eichenplantage fertig die birkenplantage jetzt haben wir noch die fichtenplantage ich glaube das habe ich auch schon gezeigt ich glaube ich glaube mal schauen weiß nicht mehr und jetzt hat er hier noch die schwarzeichenplantage fertig gemacht und als nächstes kommt dann halt musste jetzt noch aushöhlen die tropenplantage wollten wir noch ein paar land dann haben wir fast alle baumarten drin außer akazien weil akazien ist jetzt nicht so wild was sind wir nicht so wild drauf und ja auf jeden fall schon mal sehr sehr gut so was ich auf jeden fall auch noch getan habe und was habe ich auch noch nebenbei getan haben was auch sehr viel zeit gebraucht hat haben wir ganz viel holz gefarmt ihr wisst ja wir haben ja oben unser lager und dort haben wir auch weiter gebaut wie ihr seht haben wir schon die hälfte fertig gestellt so sieht das im endeffekt aus unser lager vorder und rückseite und das halt komplett immer weiter immer weiter und da oben fehlen noch paar kisten naja muss schon mal drüber gucken wo was sieht und ja wer ihr seht so viele kisten hier bis wir das alles mal farmen das ist echt echt heftig hier was man hier alles braucht und ja ich würde mal sagen dass wir gar kein platzmangel mehr haben wir haben jetzt endlich viel platz auch hier alles ausgefüllt und ja wie wir das ja wollten ist ja hier zum beispiel jetzt die stein abteilung mit stone stone pricks cobblestone dies das jenes hinten ist zum beispiel erde abteilung und sand und irgendwas anderes müssen wir noch mal gucken hier vielleicht baumarten also ganz viele holzarten halt und ja so sieht das hat aus hat sehr sehr viel zeit gebraucht das zu bauen das anspruch zu nehmen und ja aber sieht auf jeden fall nice aus hat sich auf jeden fall gelohnt und sehr viel quarts wie ihr seht es drauf ging das sind ja alles quarts treppen und ja da ging schon von mir paar zwei bis drei doppelkisten drauf noch paar von habe und müssen wir halt immer schön viel farmen ja sonst habe ich jetzt hier nichts weiteres gemacht außer ein bisschen im nether für xp gefarmt wegen den kürbissen abgebaut und so habe brauche ich auch ein bisschen xp halt und ein bisschen um jetzt so paar sache gefarmt hat wie auch immer so als nächstes will ich auf jeden fall das lager fertig machen und dann wollte ich mal hier mich begeben hier alles glatt zu hobeln und dann hier die lkw zu bauen schöne fläche zu bauen für die lkw und dann sind wir hier mit bin ich zum beispiel jetzt mal fertig der havi muss auch jetzt nur noch die baumfarm halt fertig machen und dann noch ein bisschen mithelfen im lager dann ist er auch fertig und dann können wir uns endlich an das coole rangehen an die ganzen häuser bauen und straßen bauen darauf habe ich auf jeden fall sehr sehr viel lust weil dann geht es endlich voran und wird auf jeden fall sehr sehr cool werden die ganze map ja ich würde sagen ich zeige euch ganz noch mal die vote all time all time so dort bin ich immer noch auf platz nummer uno havi auf platz nummer zwei hatte sich geschlagen weil flat ap einmal vergessen hat danke dafür das sehr gut und ja dann würde ich sagen das war's von der sonntags folge wenn euch das video gefallen hat lasst doch gerne ein like da ja genau wir sehen uns in der nächsten sonntags folge wieder würde ich sagen okay bis dahin haut rein tschau mit v